Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video, denn es ist wieder ein neues Update rausgekommen, welches einige coole neue Funktionen in das Spiel bringen. Unter anderem gibt es eine neue Kampffähigkeit, die heißt Wind-Up-Attack, das ist sozusagen so ein aufladbarer Angriff. Da kann man einfach die linke Maustaste gedrückt halten und je länger man das Ganze auflädt, desto mehr Schaden macht man dann, wenn man dann die linke Maustaste loslässt. Außerdem werden dadurch auch einige Statuseffekte verstärkt, zum Beispiel wird die Chance erhöht, Knochenbrüche auszulösen oder Blutungen auszulösen bei dem Gegner. Außerdem wurde passend dazu auch noch die Hit-Detection etwas überarbeitet und verbessert. Das war ja auf Multiplayer-Servern teilweise immer echt desinky. Da war es dann ja teilweise so, dass man auf seinem Bildschirm Gegner getroffen hat, aber diese gar keinen Schaden bekommen haben. Oder halt auch andersrum, dass man die nicht getroffen hat und die haben dann Schaden bekommen. Und das soll wohl auch etwas besser geworden sein. Konnte ich leider noch nicht ganz ausgiebig testen, aber ich werde auf jeden Fall demnächst mal wieder Path of Titans etwas länger anspielen. Bald werden auch noch neue Ability-Icons kommen, damit das Ganze etwas übersichtlicher ist. Und es gibt jetzt die ersten KI-Gegner, sage ich mal. Also Gegner nicht wirklich, sondern KI-Beute, die man fangen kann. Und die heißen Critters. Die werden momentan auf den offiziellen Servern getestet. Diese kann man jagen, indem man so einen Bau findet. Dann kann man mit diesem Bau interagieren. Ich glaube dann so ein bisschen buddeln. Und dann kommen die halt aus dem Loch raus und dann muss man die nur noch erlegen und dann kann man sie auch fressen. Für alle Handyspieler gibt es jetzt auch den neuen Mobile Hut Editor. Das heißt, man kann die Benutzeroberfläche, die ganzen Buttons und Icons von der Größe einstellen und auch die Positionen. Das macht das Spielen auf dem Handy natürlich wesentlich angenehmer, weil man das halt individuell auch so selber anpassen kann. Und man kann jetzt auch Screenshots machen und dafür das HUD ausblenden auf dem Handy. Das waren jetzt alle Infos zu dem neuen Update von Path of Titans. Aber das Video ist noch nicht vorbei, denn ich wollte auch die neuen Funktionen für euch im Spiel dann mal testen. Und das ging im Einzelspieler nicht. Deswegen habe ich mich mal auf einen offiziellen Multiplayer-Server eingeloggt als kleiner Allosaurus und habe dann versucht, mal die neuen Sachen zu finden und auch die neuen Angriffe und sowas auszuprobieren. Das ging leider als kleiner Allosaurus noch nicht. Deswegen mussten wir jetzt erstmal heranwachsen. In Marvel's Spawnman in dieser Home Cave. Ich habe das Ganze jetzt schon mal übersprungen in dem Video. Bin jetzt schon in der freien Welt mit einem Buddy, mit dem ich mich in diesem Fall ehrlich gesagt nicht so gut verstanden habe. Er hat mich gebissen, ich habe ihn gebissen. Und wir konnten uns dann auch nicht wieder vertragen. Er hat mich dann auch schon böse angefaucht. Ich habe es erstmal noch mit Friendly versucht, aber dann dachte ich mir so, ja ne, ich schlag mich lieber alleine durch die Welt, weil ich war ja auch zum Glück hier oben auf der Clip eher da unten. Das heißt, wir waren so ein bisschen gesplittet. Deswegen habe ich hier mal schnell die Gruppe verlassen. Und jetzt ging es ganz alleine hinaus in den tiefen Wald. Und wir mussten dann halt uns irgendwie alleine durchschlagen. Aber ich glaube, das war die bessere Variante, weil mit dem anderen Allosaurus, da ist dann natürlich das Ganze mal schwierig mit Vertrauen. Nicht, dass er mich dann hinterhält, wenn ich am Boden liege oder so, tötet oder sowas. Deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, dann doch lieber alleine durch den Wald zu laufen. Mein erstes Ziel war übrigens erstmal dieser blaue Punkt, nämlich die Home Cave. Die wollte ich mir nämlich mal anschauen, da war ich nämlich auch noch nie. Und ich wollte halt mal gucken, was man da so machen kann und wie das Ganze so aussieht. Ich konnte übrigens diese Aufladattacke, also diesen aufgeladenen Biss, noch leider nicht machen als kleiner Dinosaurier. Ich musste wahrscheinlich erstmal ein bisschen größer werden und die Attacke dann leeren. Aber das war dann ja auch sozusagen unser Ziel, einfach hier groß zu werden, um dann endlich die neuen Funktionen testen zu können. Übrigens, da sieht das so aus, als wenn die Stamina mega schnell leer war. Aber die hält bei den kleinen Dinosauriern wirklich richtig lange. Ich habe da nur gerade einen Schnitt gesetzt gehabt, deswegen war es halt so instant leer. Und man kann die dann wirklich auch richtig schnell aufladen, wenn man schläft. Also das geht dann ganz schnell wieder hoch. Und ja, nach einem kurzen Powernap sozusagen kann man dann wieder mit voller Stamina weitersprinten. Es gibt auch auf der Karte wirklich richtig viele neue Objekte, mit denen man interagieren kann. Das war jetzt hier, glaube ich, so ein Seilstein oder sowas. Da habe ich jetzt einfach mal dran geleckt. Ich glaube, das war nicht so klug, weil ich dadurch dann viel schneller Wasser verliere. Ist wahrscheinlich eher die Nahrung für andere Dinosaurier, nicht gerade für den Allosaurus. Wir brauchen dann doch eher Fleisch. Aber Wasser zu finden ist, dank der Minimap oben rechts und auch der Karte, die man mit M öffnen kann, zum Glück dann nicht ganz so schwer. Ich glaube, als Fleischfresser ist es eher schwierig, halt Nahrung zu finden. So ein bisschen Angst beim Trinken hatte ich aber trotzdem immer, weil es gibt ja auch solche Kreaturen wie den Sarko-Suchus zum Beispiel, der dann im Wasser lauert und ja, nur darauf wartet, dass dort jemand trinken geht und nicht so aufmerksam ist. Deswegen habe ich eigentlich immer die Wasseroberfläche dabei so ein bisschen beobachtet. Nahrung habe ich dann zum Glück auch relativ schnell gefunden. Dabei ist das Geräusch der Fliegen immer recht praktisch. Wie findet man halt diese Kadaver viel, viel einfacher? Und hier habe ich mich jetzt erstmal ordentlich satt gefressen. Und am Ende habe ich mir auch nochmal ein schönes Stück Fleisch mitgenommen. Man kann die ganzen Sachen ja auch tragen, das ist echt praktisch. Dann hat man auch nochmal einen Snack für zwischendurch, wenn man dann gerade mal nichts findet. Aber natürlich findet man, wenn man dann schon was zu fressen hat und satt ist, ganz viel Nahrung. Hier habe ich jetzt nochmal einen anderen Kadaver gefunden. Ich glaube, das war so ein Edmondo-Kadaver. Ist auch ein neues Model, habe ich so vorhin zumindest noch nie gesehen. Aber war natürlich jetzt für mich eher uninteressant. Ich wollte jetzt mal gucken, was dieser rote Punkt ist. Aber das war letztendlich dann auch nicht so interessant. Das war halt so ein Bienenstock und für den sollte ich Blumen sammeln. Das war halt meine Aufgabe. Aber da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust zu, jetzt auf der ganzen Karte nach Blumen zu suchen und die dort hinzubringen. Und dann kam ganz plötzlich die erste Begegnung mit einem anderen Dinosaurier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Dainonicus oder sowas. Oder der Latte Venatrix oder wie der hieß. Einer von beiden auf jeden Fall. Und ich habe natürlich gehofft, dass der mich nicht angreift. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der in dem Status etwas stärker ist. Weil ich bin ja wirklich noch ein Winzling und der ist glaube ich schon etwas größer. Aber der hat zum Glück dann auch keine Angry Calls oder so gemacht. Deshalb habe ich mich so ein bisschen daran getastet. Aber so eine gewisse Anspannung ist natürlich trotzdem immer vorhanden. Aber dann haben wir so ein bisschen gekuschelt. Und dann war für mich klar, wir greifen uns nicht an. Macht ja auch eigentlich keinen Sinn, weil halt der Kadaver hier direkt um die Ecke ist. Also wenn er wirklich Hunger hätte, müsste er nicht mich verspeisen, sondern könnte hier den Kadaver halt essen. Ich habe dann nochmal zweimal den Friendly Call gemacht. Ich habe mir mein Fleischstück genommen und bin dann verschwunden. Ich hatte halt dann die Hoffnung, dass er mich nicht verfolgt und tötet, wenn ich nochmal nett zu ihm bin. Hat er zum Glück auch nicht gemacht. Und dann ist auch schon der nächste Tag angebrochen. Ich war jetzt halt wirklich schon eine ganze Weile unterwegs, ungefähr eine halbe Stunde. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie weit ich schon gewachsen bin. Und das war wirklich nicht sehr weit. Man startet hier als Hedgling in dieser Home Cave. Und dann, wo ich in die richtige Welt gekommen bin, bin ich sozusagen als Juvenile gespawnt. Und da habe ich erst so einen ganz kleinen Balken geschafft in einer halben Stunde. Und dann war mir eigentlich klar, ich werde heute auf jeden Fall nicht mehr ganz groß werden. Und kann deswegen auch nicht mehr die ganzen neuen Abilities und sowas testen. Aber es hat trotzdem mal wieder eine Menge Spaß gemacht. Also das Spiel ist wirklich wunderschön und es steuert sich auch gut. Also es macht echt Spaß zu spielen. Und mich würde mal interessieren, ob ihr daran Interesse habt, dass zu Path of Titans mehr Gameplay-Videos kommen. Und dann kann ich das natürlich mal machen. Dass ich vielleicht mal wieder einen Livestream mache. Oder ein paar coolere Videos zum Spiel aufnehme. Falls das so ist, also falls ihr dazu mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich Bescheid weiß. Und falls ihr das Spiel cool findet und vorhabt, euch das zu kaufen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über meinen Freundes-Code macht. Den seht ihr jetzt unten links. Oder das Ganze ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Weil dadurch würde ich halt diese sechs Skins rechts freischalten. Ich hoffe, das heutige Video hat euch Spaß gemacht und gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Dandy. Dandy.